Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind hier auf der Citadel. Irashimasu! Ja. Und haben hier schon der guten Quarianerin geholfen, die ja beschuldigt wurde, angeblich irgendwas gestohlen zu haben. Dann haben wir ja die lecker Bären noch gefunden. Die Tupas. Bären. Saft. Tja, und, äh, mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß nämlich absolut nicht, wo wir hin müssen. Äh, wo haben wir denn hier? Tagbuch. Missionen. Kollektoren aufhalten. Veteran. Äh, Experte im Kampf Mann gegen Mann und mit kleinen Einheiten. Okay, Professor Archangel. Archangel. Okay, die haben wir alle fertig. Die Gefangenen. Der Veteran. Der Warlord. Archangel. Jack. Okay. Wir haben hier noch Kugana-Sushi. Normandie. Die T6-Kopplung. Oh, die kriegen wir, glaube ich, Omega, wurde gesagt. Brandy finden. In irgendeinem Geschäft. Okay, da können wir nochmal gucken. Die Zutaten haben wir, die müssen wir nur zurückbringen. Ähm, Feuerprojekt. Rosa Lieferschollen. Okay. Und die Normandie-Säule suchen. Die kaputte. Citadel. Nach, nach den Fischenfragen. Wir müssen mal ins Präsidium. Und nach den Fischenfragen. Präsidium. Gehen. Die Shepard-Gedenkstätte auf Akus soll nächstes Jahr eröffnet werden, sobald die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden kann. Admiral Stephen Hackett wird dabei den Vorsitz führen. Oh, na dann. Aber wir wollen doch. Fische. Kann ich etwas für Sie tun, Shepard? Ich gehe jetzt besser. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Ja, ich dachte, du kannst mir etwas über Fische erzählen. Aber mit wem sollen wir denn hier über Fische reden? Wir können ja nie da raus. Der will ja mal weg gleich. Oder kommen wir jetzt hier raus? Nö. Industriegebiet. Lagerhaus. C-Sicherheits-Souvenirs. Haupteingang. Gehen wir da auch mal hin. Eben 28. Drücken Sie die Leertaste gedrückt. Ne, halten Sie die Leertaste gedrückt, um zu sprinten. Drücken Sie die Leertaste gedrückt. Ja, ne, ist klar. So. Galaktische Nachrichten zugehören. Aber wie zum Teufel? Ich komme mit der neuen Karte hier noch nicht klar. Lagerhaus. Hier müssen wir ja auch mit den Krogan anreden. Was haben wir denn überhaupt hier hinter? Und, Tag. Musik. Musik. Oh, vielleicht gibt es hier Brandy. Ja. Gut, dann haben wir den Brandy auch. Was darf es sein? Lokale Neuigkeiten. Irgendwas Interessantes gehört, was hier so abgeht. Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Keine Ahnung, weil du Barmann bist und vielleicht, weil Barmänner so einig sind. Momentan will ich nichts. Was haben wir denn hier? Wie wäre es mit etwas Entspannung, Shepard? Ist doch der ideale Ort dafür. Zumindest ansprechender als Koras Nest. Dass der Laden nach dem Geth-Angriff nicht mehr aufgemacht hat, muss man wirklich nicht bedauern. Was macht der Jacob da? Kann der mal aufhören, die anzurempeln? Unglaublich. Kein Benehmen, der junge Mann. Tanzen? Wollen wir tanzen? Hingen jemand? Oh, der Driebjörg Shepard ist ein begnadeter Tänzer, wie man sieht. Wackel, wackel, zackel, dackel. Wie, das war er schon? Ja. Voll begnadet. Forschungsschiffe haben Schiffe unbekannter Bauart gesichtet, deren Silhouette jedoch stark an alte Schiffe der Rachni erinnert. Bei den wenigen bisher aufgetauchten Schiffen handelt es sich um kleine Kundschafter, die sich rasch wieder zurückzogen. Der Rat hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Mhm, die Rachni. Müssen wir doch nochmal mit der Königin reden. Und vielleicht mit ihr schimpfen. Ich glaube wohl, Hausmeister des Präsidiums. Ach da. Kann ich etwas für Sie tun? Hier, die Fische auf dem Präsidium. Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten. Das sind Wasserspalter, nur für das Präsidium. Getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkbutik. Äh, okay. Und, äh... Geschenkbutiken? Wo ist diese Geschenkbutik? Beim Markt unter der Bar. Die Leia verkauft Aquarien, weil Fische die größten Haustiere sind, für die die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Aha. Warum trinken wir was? Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen hier an Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Frage ich nochmal nach den Fischen im Präsidium? Oh, guck mal. Ich habe bemerkt, dass Sie eine der Hausmeister. Okay, das werde ich. Das sind Wasserspalten. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia zum Wasser. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die D-Mail-Blumen gegenüber der Röhre an. Wirklich, sehr hübsch. Aha. Danke. Werd ich auf jeden Fall machen. Wenn ich dran denke. Also eher nicht. Das ist ein Klo. Das musst du benutzen. Kann ich das benutzen? Dame Shepard. Nicht mal pink. Hallo. Gehen Sie mal raus, junge Frau. Das ist die Hähentoilette hier. Wäre so, als wenn ich in die D-Mail-Toilette rein spazieren würde. Geht doch nicht sowas. Und für alle, die jetzt denken, hast du ja aufgemacht, äh, aufgemacht auf der Normandie. Da ist was anderes. Ich musste das Schiff inspektieren. Äh, inspektieren. Inspektion unterziehen. Das, 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 das ist was ganz anderes. Das, 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 das. Oh, guck mal. Das sind ja auch schöne Fische da hinten, oder? Spielen Sie auch diese Sportspiele der Menschen? Nö. Verkaufen sich in der Allianz ziemlich gut. Kroganer stehen auch drauf. So, hier waren wir ja eigentlich überall. Wir müssen nur jetzt wieder zu den Kroganern hin. Die sich über die Fische unterhalten haben. Wo waren die? Werbung lauschen. Ne, wir waren keine Werbung lauschen. Ähm, Kroganer, Kroganer. Ich glaube, die waren bei den Docks. Waren hier die Kroganer? Ne. Dann waren die hier. Irgendwo hier waren die. Die waren irgendwo auf der Station. So groß ist die Station hier nicht. Ah, hier. Hallo. Ähm, warum Fische? Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Schairer vögelt. Wie geht? Asari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Genau. Es gibt aber keine Fische. Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu dann das viele Wasser? Wenn man darin nichts Essbares unterbringt. Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Ach ja, Hauptsache den Leuten helfen. Auch wenn es nicht sinnvoll ist. So. Dann haben wir das. Mal gucken wir nochmal ins Tagebuch rein. Gut, dann haben wir das Sushi auch erledigt. Absturzstelle Normandie. Okay. Kollektoren. Wir haben es in der Kolonien der Menschen angreifst. Wir stellen da ein Team so zusammen. Tja, wo fangen wir denn jetzt mal an? Dr. Okea. Er hat tausendlange Erfahrung im Kampf und Strategie. Angeblich vertraut mit den Kollektoren Technologie. Dr. Okea, ein Warlord, der in der kruganische Rebellion gekämpft hat. Er will das kruganische Volk von der Genophage. befreien und soll mit den Kollektoren Kontakt aufgenommen haben, um Technologie von ihnen zu erhalten. Er hält sich zur Zeit im Lager des Blue Sons auf Chorlos auf. Details über seine Verbindung zu den Söldnergruppen ist nicht bekannt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder auf die Normandie. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir als nächstes hinfliegen. Da wir da bestimmt wieder untersucht werden, machen wir das so. So, sind wir direkt hier. Wo ist die Normandie? Wo ist mein Lamborghini? Wie komme ich denn jetzt wieder? Ähm. Äh. Oh. Was? Ne, das habe ich natürlich nicht gesehen. Das war nur ein Spaß. Schau mal, Brunnen. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Sie können Ihre Panzerung mithilfe der Panzerungspinns auf jedem größeren Schiff ausrüsten und modifizieren. Gut zu wissen. Modifikation hat noch niemanden geschadet. Gibt's was Neues, Kelly? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht's der Crew? Gibt es etwas, was ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Nö, danke. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ja, alles klar. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, das hast du mir gerade schon gesagt. Danke. Ungelesene Nachricht. Auswählen. Nachricht Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten... Das hatten wir schon. Das... Ach, vielleicht sollte ich das auch mal markieren, damit ich denn weiß, was ich schon gelesen habe und was nicht. Commander Shepard. Mr. Udina war es nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Der Schmerz über den Verlust von Nerali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich mehr getröstet, als Sie sich vorstellen können. Oh, bitteschön. Ich habe auf der Erde ein Restaurant geöffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nerali und für Allianz-Soldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu machen... äh... um den Mut zu ehren, mit dem Sie und meine Frau die Menschheit gedient haben. Hochastungsvoll, Samisch, Batita. Alles klar. Handel... Das habe ich auch schon gelesen. Kontakt mit dem Forschungsstift abgebrochen, haben wir auch schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Da sollen wir den... Äh... Achso, ja okay, das haben wir auch schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Okidoki, fortgeschrittene Team-Status, den Status des Teams und prüfen. Info. Realität normal, Fähigkeit. Okay. Realität normal. Also hier, gucken, ob ich hier auswählen. Upgrades. Auswählen. Waffen-Upgrades. Über Upgrades. Blablabla, Blablabla, Blablabla. Upgrades. Wir können neue Upgrades bei Missionen finden, in Geschäften oder... Achso, das hatten wir ja schon. Ach, das sind die Sachen, die wir... ...gekauft haben. Ach, das wurde direkt dann auch eingefügt, oder was? Okay. Oder müssen wir dafür erst... ...runter? Nee, ne? Alles hieß doch... ...dass... ...ähm, die Sachen... ...wo hier unten erforscht werden. Aber die werden erst erforscht, wenn wir den, 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 den... ...oh, das ist ja ein Maschinendeck. Maschinendeck will ich nicht. Hören wir den... Na, wie heißt das? Den komischen Doktor da haben. Doktor, Doktor, Seat. Irgendwas. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Saris Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Na gut, trinken wir. Machen Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Schweiß zusammen. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte. Das war großartig. Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Hm, warum haben Sie die Allianz verlassen? Mit Ihrer Dienstakte hätten Sie auf jedem Schiff der Allianz anheuern können. Warum sind Sie wirklich weggegangen? Vielleicht geht's weniger ums Weggehen, sondern mehr ums Bleiben. Als Militärärztin behandle ich meistens Leute in ziemlich schlechter Verfassung. Oft sterben Sie. Und wenn ich Ihnen helfen kann, gehen Sie wieder. So oder so. Alle gehen weg. Hm. Sie sind einsam. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Nein, an Freunden mangelt's mir nicht. Nur an Stabilität. Jeff Joker wird immer am Wrohlig-Syndrom leiden. Er würde es nie zugeben, aber er braucht meine Hilfe. Und das wird immer so bleiben. Ich wünschte, es wäre anders. Aber traurigerweise ist es nun mal so. Hm. Ein Glas auf Schoko. Auf den mürrischen Mistkerl, der dieses Schiff fliegt. Der beste Kampfpilot, der je den Himmel erobert hat. Hm. Hui. Oh, das ist ja... Oh. Ich glaube, die gute Frau Chakwa ist besoffen. Ah. Erstmal die Frau auf dem Tisch saufen. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ja, du bist auch beschränkt, VI. Ach ja. War ein Spaß. Immer wieder gerne... ...die Frau an dem Tisch getrunken. Da sind sie 2011 aus. Aber ich habe ich das... Oh, mach best. Verdammt.